Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo. Und wir sind heute mal wieder im Weltall. Und da ist Slimey. Hallo Slimey. Oh, und hallo Tim. Na, wie geht's dir, Tim? Und warte mal. Der will Gunpowder essen. Wo sollen wir denn Gunpowder herbekommen? Ich hab keinen Gunpowder, aber ich hab dafür ein bisschen Eisen. Tim willst du Eisen? Nein. Nein, der will Gunpowder. Oh, weißt du, was mich vorinteressiert? Wie viel Attack Damage macht Tim? 0,25. Mal schauen, wie viel Slimey macht. Slimey macht 2,75. Warum ist Slimey so stark? Warte mal. Was? Ich kann Tim aber auch nicht füttern, weil, naja, ich hab keinen Gunpowder. Ach man, aber Tim muss stärker werden. 0,25 und 2,75 ist schon krass, oder? Ja, aber dafür ist Tim richtig süß. Ja, Slimey ist auch eine süße. Guck mal, Slimey magst du, Tim? Ja, das ist ein Ja. Das ist ein heutiges Ja, ist das. Richtig cool. Und ich würde sagen, wollen wir heute mal wieder zur Erde fliegen? Oh, stimmt. Das ist eine sehr gute Idee. Da können wir dort vielleicht ein paar Bäume fällen und noch ein bisschen Erde mitnehmen. Und warte mal. Ich glaube, es ist Nacht gerade, oder? Oh, stimmt. Warte mal. Wollen wir schlafen gehen? Ja, das ist eine sehr gute Idee. Okay, dann erst mal gute Nacht und bis morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Kater. Hast du gut geschlafen? Ja, und du? Oh ja, ich hab auch sehr gut geschlafen. Okay, dann würde ich sagen, ich geh mal ein paar Sachen aussortieren, die ich auf jeden Fall nicht brauche. Wie zum Beispiel Holz. Lass ich mal hier, weil wir holen ja ein neues und unsere Küste ist voll. Okay, warte mal. Die ist auch voll. Moment mal, ich baue eine neue Küste, okay? Oh, ich mach auch neue. Warte, ich bin die Erste. Nein, ich bin die Erste. Ich bin fertig. Und schon gebaut. Und schon gebaut. Was? Oh Mann. Ja, sehr schnell. Okay, warte mal. Ich hab auch ein bisschen Holz. Das mach ich mal hier rein. Dann hab ich noch eine Schallplatte tatsächlich. Ich hab auch noch eine Schallplatte und elf Kartöffelchen und ein bisschen anderes Essen. Richtig nice. Aber die wichtigsten Dinge hab ich auf jeden Fall dabei. Das ist mein Schwert, meine Axt und meine Spitzhacke und meine Portelgun. Oh, ich will auch eine Portelgun mitnehmen. Warte mal. Ich nehm mir die Kartoffelportelgun mit. Ey, ich hab die da schon. Warte mal, ich hab die doch auch. Hey, ach mal. Wuhu. Was denn hier los? Sehr nice. Okay, Kata. Dann würde ich sagen, wir bauen hier wieder unsere Raketen auf und dann fliegen wir zur Erde. Das wird so cool. Und weißt du, wo wir auch auf Doma wieder hin müssen? Auf den Mond. Zu deiner Space Station. Oh, stimmt. Das ist so cool. Okay, warte mal. Da setze ich meine Rakete. Und warte, hast du deine Rakete mit dabei? Nein. Hast du noch eine? Ja, natürlich. Guck mal. Bitteschön. Dankeschön. Super duper. Und schau mal. Warte, ich sitz schon drin. Siehst du mich? Hallo? Oh, hier. Warte mal. Ich sitz auch drin. Okay, ich bin bereit. Okay, dann auf die Plätze. Fertig. Und los. Oh, das wackelt so. Oh, das ist so aufregend immer. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und los geht's. Nein. Oh, Gott. Ich bin bereit. Wuhu. Das ist so cool. Und oh, du bist ein bisschen schneller als ich. Hey. Hey. Ich bin immer ein bisschen schneller als du. Ach, Mann. Und vor allem, ich sehe fast gar nicht mehr unsere Raumstationen. Oh, stimmt. Ich sehe die auch nicht mehr. Oh, Gott. Oh, Gott. Und gleich sind wir bei der Erde wieder. Das ist so cool tatsächlich. Oh, das stimmt. Ich freue mich voll auf die frische Luft. Oh, ja. So, ich wehe jetzt die Erde aus. Und zack. Ab zur Erde. Und da sind meine Sachen. Und da bin ich. Oh, warte mal. Wo bist du? Ich sehe dich. Und ich bin da. Und schau mal. Ein Kätzchen begrüßt uns. Hallo, Katzi. Na? Oh, hallo, kleine Katze. Und oh, das ist ein kleines Hühnchen. Oh, so süß. Das sind sogar zwei Kätzchen. Aber Moment mal. Wir sollten unsere Raketen mitnehmen. Willst du mal eine Rakete mit gerade einstecken? Ja, klar. Warte mal. Dann nehme ich deine mit. So, zack und zack. Und dann nehme ich natürlich auch meine mit. So und so. Ich habe alles mit dabei. Oh, sehr gut. Okay, okay. Dann würde ich sagen, wir holen auf jeden Fall erstmal ein bisschen Holz. Und da ist auch ein Hühnchen. Das ist immer wieder so schön auf der Erde zu sein. Oh, das stimmt. Da hast du recht, Kater. Okay, warte mal. Dann helfe ich dir ein bisschen mit Holz fällen. So, zack, zack, zack. Dann fällen wir hier das ganze Holz. Das ist sehr gut. Und weißt du was? Was denn? Wir könnten noch ein bisschen Erde mitnehmen. Oh, das ist wichtig. Allein für die Farben und so. Oh, das ist eine gute Idee. Ja, so. Zack, 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 zack. Und ich habe eine richtig gute Idee, Kater. Was hast du denn noch? Wir könnten auf meine Space Station gehen. Oh, stimmt. Wir können da wirklich mal einen Abstecher machen. Dann können wir die ganzen Kierchen Hallo sagen und schauen, wie es ihnen geht. Und auch nach dem Feld schauen. Oh, stimmt. Da hast du recht. Das ist eine sehr gute Idee. Okay, okay. Dann hole ich hier nochmal ein bisschen Holz und ein bisschen Erde. Ich glaube, Stein brauchen wir jetzt nicht zwingend, oder? Nein, ich glaube nicht. Okay, sehr gut. Wie viel Holz hast du schon? Ich habe jetzt schon elf. Sehr nice. Guck mal, Kater. Ich fälle die Bäume so. Zack und zack. Ich fälle die einfach so. Aber hey, das macht doch gar nichts. Ach, ich glaube dir das Holz. Warte mal. Nein, hör auf. Du musst es ja trotzdem abbauen. Oh, warte, ich habe eine Idee. Warte, warte. Guck mal, Kater. Moment. Und, warte, warte, schau zu mir. Ja. Warte, bleib da stehen. Hey, warte. So, 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 so. Und fang das Holz. Warte mal. Das, was du kannst, fange ich auch. Und fange das Holz. Ich habe es gefangen. Nein. Und zack. Oh, guck mal, wie weit das rechts fliegt. Ich kann dir damit Damage machen. Hey, hör auf, der Witz. Ups. Ach, Mann. Ach, Mann. Okay, wir sollten wieder weitermachen. Wir brauchen doch noch Holz. Oh, da hast du recht, Kater. Hey, was machst du da eigentlich gerade? Ich schmeiße mit Blöcken. Guck mal, Kater. Oh, Gott, oh, Gott. Der war ganz weit oben. Und zack. Oh, gut. Der fliegt ja so weit weg. Oh, Gott. Ich habe es gesehen. Mach es nochmal. Zack. Hä? Was? Der ist so besser. Siehst du den? Ja, kommt der noch runter? Er kommt. Und? Und? Was? Und Achtung. Was? Und guck mal, Kater. Soll ich dir was Lustiges zeigen? Ja. Guck mal. Oh, warte. Komm her, kleines Häschen. Ja, ich habe ein Häschen. Guck mal. Du kannst ein Häschen nehmen. Ach, wie süß ist das denn? Ich will auch das Häschen haben. Komm mal her, Hase. Hallo, Hasi. Hasi. Komm, du kommst aus Bäumchen, Hasi. Warte. Und? Nice. Oh, richtig cool. So süß tatsächlich. Okay, Kater. Dann würde ich sagen, wir fällen noch ein paar Bäume, okay? Ja, ich habe hier noch einen Baum und dann gehe ich noch den anderen fällen. Und ich glaube, dann habe ich sogar genug. Ich habe schon über eineinhalb Stacks. So, warte mal. Oh, das ist sehr cool. Oh, hier ist eine Kiste. Nice. Okay, warte mal. Die mache ich gleich auf. Was ist da drin? Vielleicht sind da Passiz oder so drin? Oh, das wäre cool. Was ist das denn? Schau mal, wir haben so eine Schematik bekommen. Ja, Moment mal. Und was kann man damit machen? Damit kann man doch Raketen bauen. Aber wer hat die denn hier versteckt? Das ist ja richtig cool. Oh, das stimmt. Moment mal. Können wir damit eine bessere Rakete bauen? Damit können wir eine richtig, richtig coole Rakete sogar bauen. Das wird richtig nice. Wir müssen unbedingt wieder hoch ins Weltall. Oh, da hast du recht. Das ist ja so cool. Und ich bin richtig, richtig gespannt, naja, wie wir die Rakete dann bauen. Weil ich meine, da brauchen wir bestimmt mit Eisen oder sowas dafür. Oh, stimmt. Aber dafür haben wir auch zur Not die Zentrale. Da können wir auch einfach was bestellen. Oh ja. Guck mal, Kater. Hier startet deine Rakete. Und hier startet meine Rakete. So, 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 so. Okay, warte mal. Dann gebe ich dir deine Rakete. Bitteschön. Und hier kommt meine. Und bitteschön. Okay, wollen wir gleichzeitig losfliegen und gucken, wer als erster da ist? Ja. Auf die Plätze. Okay. Warte, 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 warte. Starten wir auf drei? Ja. Eins, zwei, drei. Okay. Eins, zwei, drei. Nein, ich bist ein Schummelkater. Ja. Du bist ein Schummelkater. Ja, das stimmt. Hey, aber ich bin trotzdem als erster gleich oben. Nein. Schneller, 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 schneller. Oh, warum bist du? Acht, sieben, sech, sieben. Ah, ich bin vor dir. Nein, du bist ein Schummelkater. Zwei, eins und ich starte. Hä? Und? Oh. Ja. Schau mal. Oh nein, Moment mal. Du bist schon wieder schneller als ich. Natürlich. Aber auf der Erde war es richtig cool und wir haben so eine coole Schematik gefunden. Ich freue mich voll. Oh, das stimmt. Wir haben einen richtig coolen Bauplan für die neue große Rakete gefunden. Das ist so cool. Oh, stimmt. Mal schauen, wie das wird. Oh ja, das wird so cool. Warte, Karte, lenkt mal ein bisschen nach links. Nach links? Ja. Ich drehe mich. Tschüss. Wo fliegst du denn hin? Oh, wo fliegst du mir? Hallo. Wir kollidieren gleich. Oh, ich bin ein bisschen schief. Oh Gott. Tschüss. Und? Soll ich dich rammen? Nein. Wo fliegst du denn jetzt hin? Ähm. Ja, ja. Aber ich glaube, ich habe dich jetzt überholt. Ja, hast du. Ach, Mann. Ich bin erster da. Ich bin erster da. Nein, 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 nein. Nein. Und? Ich bin gleich da. Und ich bin schon da. Ach, Mann. Ich bin erster. Ich habe gewonnen. Und hallo, Tim. Und hallo, Slimy. Wie geht es euch beiden? Na? Oh, die Süßen. Richtig cute. Okay, warte mal. Lass erst mal zur NASA-Work-Bendish gehen. Und warte mal. Und zack. Dann gehen wir es mal anlocken. Oh, hab ich. Und jetzt können wir wieder zurück. Und brauchen hier die ganzen Sachen. Oh, Moment mal. Was brauchen wir denn dafür? Ich bin mir nicht ganz sicher, um ehrlich zu sein. Okay, warte mal. Ich schaue mal, was wir dafür brauchen, okay? Ja, das wäre lieb. Dann bekommst du vier von denen. Dann bekommst du zwei Spitzen. Und dann bekommst du noch zwei Antriebe. Bitte schön. Sehr lieb von dir. Okay, dann gehe ich mal auf die freigeschaltete Rakete. Und gehe jetzt anfangen, alles neuer zu sortieren. So. Warte mal. Soll ich für dich auch gleich eine mitbauen? Ja, das wäre sehr lieb. Okay, warte mal. Dann setze ich erst mal hier das rein. Dann kommen die hier hin. So. Dann brauchen wir noch den Antrieb. Und die Dinger hier. Warte mal. Eins, zwei. Eins, zwei. Und hier. Und wir haben die erste Rakete. Schau mal. Das ist deine. Oh, danke schön. Und die ist ja riesig tatsächlich. Oh, warte mal. Die ist wirklich voll groß. Guck dir das mal an. So eine große Rakete hatten wir noch nie. Oh, das stimmt. Die ist wirklich so cool. Und jetzt kannst du dir deine noch bauen. Okay, warte mal. Und zack. Ich habe auch meine Rakete. Oh, sehr nice. Warte, Kater. Wollen wir sie hier vorne hinstellen? Ja. Okay, warte mal. Aber die sind wirklich groß. Die sehen ganz anders aus wie unsere alten Raketen. Guck mal, Kater. Wir brauchen hier wieder das Loungepad. Bitte schön. Und dann baue ich mein Zeug. Dankeschön. So, 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 so. Und so. Und dann setze ich meine Rakete hier hin. Oh, schau dir das mal an. Die ist ja so groß. Die ist wirklich riesig. Schau mal, wie krass die aussieht. Oh, das stimmt. Und warte mal. Wir müssen die noch betanken. Oh, das stimmt. Aber das wird bestimmt richtig cool, mit der zu fliegen. Oh ja, warte mal. So, ich mache ein bisschen Treibstoff bei dir rein. Bitte schön. Und das mache ich bei mir auch noch. So und so. Und dann tanke ich sie auf. Kater. Ja? Meine Rakete ist schon voll. Meine ist auch, glaube ich, gleich voll. Wollen wir vielleicht mal ganz kurz zu deiner Raumstation fliegen und schauen, wie die Rakete ist? Oh, das ist eine sehr gute Idee. Okay, ich bin bereit. Okay, ich auch. Auf die Plätze. Fertig. Los. Ich bin schon vorher gestartet. Ich auch. Moment mal. Ach, Mann. Und schau dir das mal an. Die sind ja so laut. Ich höre gar nichts mehr. Oh, die sind wirklich laut. Aber warte mal. Ich glaube, du hast sogar vor mir gestartet. Ach, Mann. Schau dir das mal an. Das sieht ja so cool aus. Und jetzt starte ich. Ich gucke mal, Kater. Oh, tschüss. Oh, wir starten gleichzeitig. Du bist einen Ticken schneller gewesen. Ach, Mann. Ja. Schau mal nach unten, wie cool das aussieht. Stimmt. Ich bin so froh, dass wir die Rakete gecraftet haben. Oh, das stimmt. Ich komme mal zu dir. Oh, ich stütze ab. Ich stütze ab. Ich stütze ab. Du stützt dich ab, oder? Nein, ich bin sicher. Oh, sehr gut. So und so. Und ich fliege zu meiner Space Station. Und ich bin angekommen. Und zack. Oh, das war aber richtig cool. Und schau mal, wir sind jetzt wieder auf deiner Raumstation. Aber die Rakete war ja richtig, richtig cool, oder? Oh, das stimmt. Es hat wirklich so viel Spaß gemacht, mit dieser riesigen Rakete zu fliegen. Das war so cool. Das stimmt. Und es ging auch irgendwie viel schneller als mit der anderen Rakete, oder? Oh, das stimmt. So, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, da ist so ein Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.